Schwäbische Kunde von Ludwig Ulland Aufgenommen für LibriVox.org Als Kaiser Rothbard Lobesam zum heiligen Land gezogen kam, da musste er mit dem frommen Heer durch ein Gebirge wüst und leer. Da selbst erhub sich große Not, viel Steine gab's und wenig Brot, und mancher deutscher Reitersmann hat dort den Trunk sich abgetan. Den Pferden war es so schwache Magen, fast musste Reiter die Meere tragen. Nun war ein Herr aus Schwabenland von hohem Wuchs und starker Hand. Des Rösslein war so krank und schwach, er zog es nur im Zaume nach. Er hätt es nimmer aufgegeben und kostet ihm das eigene Leben. So blieb er bald ein gutes Stück hinter dem Heereszug zurück. Da sprengten plötzlich in die Quer fünfzig türkische Reiter daher, die huben an, auf ihn zu schießen, nach ihm zu werfen mit dem Spießen. Der wackre Schwabe forcht sich nit, ging seines Weges Schritt vor Schritt, und ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken und tat nur spöttlich um sich blicken. Bis einer, dem die Zeit zu lang auf ihn den krummen See beschwang, da weiht dem Deutschen auch sein Blut. Er trifft das Türkenpferd so gut, er haut ihn ab mit einem Streich, die beiden Vorderfüß zugleich. Als er das Tier zu Fall gebracht, da fasste er erst sein Schwert mit Macht. Er schwingt es auf des Reiters Kopf, haut durch bis auf den Satelknopf, haut auf den Satel noch zu Stücken und tief noch in des Pferdes Rücken. Zur rechten sieht man wie zur linken einen halben Türken runter sinken. Da packt die anderen kalter Graus, sie fliehen in eine Welt hinaus, und jedem ist es, als wird ihm mitten durch Kopf und Leipen durchgeschnitten. Darauf kam des Weges ne Christenschar, die auch zurückgeblieben war. Die sah nun mit gutem Bedacht, was Arbeit unser Held gemacht. Von denen hat's der Kaiser vernommen, der ließ den Schwaben vor sich kommen, ersprach. Sag an, mein Ritter wert, wer hat dich solche Streich gelehrt? Der Held bedachte sich nicht zu lang. Die Streiche sind bei uns im Schwang, sie sind bekannt im ganzen Reiche. Man nennt sie halt nur Schwabenstreiche. Ende von Schwäbische Kunde Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ende von Schwäbische Kunde Untertitelung des ZDF, 2020